und ein herzliches willkommen bei der nächsten folge von stardew valley wir haben ganz viele sternfrüchte im rucksack und wir machen damit jetzt gar nichts weil ich keine idee habe was ich jetzt machen soll deswegen werden jetzt blueberries gesammelt unfassbar viele blueberries richtig unverschämtliche ich muss doch mal schauen wie weit das feld eigentlich von den komischen pflanzen geister das zeug selbst einsammeln dass ich das nicht mal mehr einsammeln muss das wäre schon kann ich das eigentlich auf der insel auch das würde mich auch interessieren was das jetzt bringt das hier drüben wie weit geht das noch mal dass ich das umsiedle und einfach drüber packe ich muss unbedingt zu robin weil mir fehlt da was robin robinson kursow drei magische bewertungen danke leute vielen vielen dank sieht man das überhaupt wird das gewertet ich habe da jetzt nicht drauf geachtet ich glaube nicht oder dass da hier jetzt irgendwo ein bild erschienen ist vielleicht kann ich das auch einstellen muss ich machen wenn es geht halt was wollte ich jetzt hier achso zu robin ich habe da irgendwie problem mit den scherzen ich habe da irgendwie problem mit dem scherz äh ich nix profil profi also ich nix profi nein das sieht man glaube ich gar nicht äh gut laden gemeindehausverbesserung ja soll ich ein paar abkürzungen um das tal herum hinzufügen sicher das kann ich machen ich brauch nur abkürzungen laden ich brauch da was ja genau das jetzt werkbank mini kühlschrank weiß ich nicht sonst ist hier das kann ich mal aus spaß kaufen kühlschrank kühlschrank ich habe ja das geld für die abkürzungen ich weiß ja nicht mal wie die genau funktionieren dann die abkürzungen die abkürzungen ja luna ich muss jetzt noch ein bisschen verkaufen großverdiener 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 aber nicht genügend um eine uhr zu kaufen aber genug um jemanden einfach so ein haus zu kaufen ja naja ich bin ja ein netter farmer großzügig ich sehe auch sehr extravagant aus da mit so einer medaille vorne dran mit einem beraten hut mit einer augenklappe mit den boxershots vom bürgermeister und so blauen stiefeln glasstiefel sind das oder? mehr jungfrauenstiefel ok mehr jungfrauenstiefel ja also ich habe style also ich fall auf im dorf so äh wo ist blondschopf? ist der wieder auf der insel? mal skateboard fahren tut er nicht Gameboy spielen auch nicht nachschleimers ich habe nochmal kaffee ah da ist er ja ähm hier Sam äh was magst du nochmal? keine ahne ich hätte gerne Eis danke für Schwiegerpapa für Schwiegerpapa das ist der lästige Bürgermeister also das ist hier schon eine ziemliche Plage Schleimers Schleimers na wie gehts? hier ist ja viel Holz Hallo? ich hätte das viel früher machen sollen ich finde das einfach so lustig obwohl es ein bisschen nerviger ist ich finde es lustig äh habe ich nein habe ich nicht Mist Spiegerpapa let's go Unikat halt äh wo ist ein er wo ist Spiegerpapa? Spiegerpapa kann ich immer noch nicht rein? Spiegerpapa wo stehst du? er wird wahrscheinlich bei dem Fluss oben sein und hier gleich und was ist drin? Eisen er ist nicht mal hier was ist das denn? ach ja da war ja noch was ... ... Ja ok kann man machen ... ... Skeletter muss ich noch töten. Puttler, ja. Okay, Schwiegerpuppe ist jetzt hier nicht in der Nähe. Aber der muss jetzt dann gleich zu Hause sein. Das ist schon ziemlich dunkel. Oder schlafen die schon? Nein. Hä? Was ist denn Schwiegerpuppe? Da, kommt er. Sir, hier. Wow, bin ich gut. Bin ich gut. Jetzt habe ich kein Eis mehr. Toll. Jetzt bin ich happy. Sashimi habe ich auch nicht dabei. Für den Schwager. Was macht die da? Hallo? Ach, schön hier. Ich komme mit. Gute Nacht. Gute Nacht. Kommst du auch? Digga, kommst du auch? Wie das lustig aussieht. Wie das lustig aussieht. Auf einer Seite habe ich ein Auge, auf der anderen Seite die Augenklappe. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich an. Ich habe jetzt so mehr Saat im Angebot. und greif am besten gleich zu. Ich bin in seinem Zimmer mitten in der Nacht. Okay, ich bin noch nicht mitten in der Nacht. Es ist erst 22 Uhr. Im Angebot. Ja, wie viel soll es denn kosten? Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Ja, geht nicht. Ciao. Tür zu. Kann ich nicht. Das muss doch. Ja. Wach auf. Guten Morgen. Geht nicht. Das sieht doch aus wie Zelda. Wie Zelda, oder? Aus Breath of the Wild. Oder Tears of the Kingdom. Schön. Da, Hamster. Keine Ahnung, was das ist. Da ist ein Totenkopf. Das ist ein PC. Kann ich nichts machen. Ah, mal die E-Mails checken. Oh, ja. Ja. Ich gehe lieber. Sorry. Sorry, sorry. Ich will ja nicht zu aufdringlich sein. Es wird spät. Wow. Echt? Kann ich das jetzt noch schön platzieren? Ah, danke fürs Holz. Danke für den Fisch. Ach, den Fisch muss ich noch abgeben. Das ist verdammt gut. Das können wir morgen gleich machen. Oh, das ist sehr gut. Äh, hier. So, so, so. Ja, sieht es wieder nach was aus hier. Okay, den Fisch kann ich morgen gleich abgeben. Das ist doch der, den ich brauche. Aber das ist erst um 19 Uhr, glaube ich. Gute Nacht. 40.000. Für Blue Bays. Okay. Kann man machen. Vier mag ich Bewertungen. Danke, Leute. Waren das davor drei oder schon vier? Habe ich mich jetzt vertan? Ja. Hauptsächlich. Danke. Gut. Wir müssen am Abend. Um 19 Uhr war das, oder? Um 19 Uhr. Okay. Wir haben um 19 Uhr ein Date. Sozusagen. Ja, Hasis. Ich habe euch alle lieb. Das heißt eigentlich, ich muss wieder Heu kaufen. Weil hier haben wir sicher alles kahl gefressen. Jetzt geht's los. Ist auch klar. Früh morgens. Äh. Okay. Was ist jetzt los? Sie schlaft noch? Ja? Hä? Whoa. Whoa. Oh. Wow. Wieso kommt mir jetzt ein Dragon Ball in den Sinn? Kamehameha? Warum bist du hier? Keine Ahnung. Regenbogen. Regenbogen. Okay. Hm? Das erinnert mich an etwas Regenbogen? Regenbogen! Ja. Selbst das kleinste gewöhnlichste simpelste Licht enthält ein wundervolles Geheimnis. Ja. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen? Für was? Was? Wupp! Plopp! Und weg bin ich. Okay. Okay. Lukas? Lukas hat etwas Besonderes? Ja. 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 Unsere Schicksal werden sich kreuzen. Ja? Gut, hallo. Ich gehe zu deiner Freundin und schenke ihr eine Kokosnuss. Hey, ich habe diese Werkzeug gefunden, um Gläser zu öffnen. Also musst du mir nicht mehr helfen. Okay. Kein Problem. Nicht da rein? Ja. Das Herz über dem Bett ist ja süß. Verfehle ich jetzt die Stimme? So. Hallo, Lukas. Ach, du willst jetzt nichts dazu sagen? Ich fühle mich heute faul. Ja, wow. Danke fürs Gespräch. Habe ich was für Sie? Nein. Was ist jetzt wieder los? Ein weiterer wunderschöner Tag im Pelikan. Hä? Papageien, meine Freunde. Ja? Oh, der Arme. Oh nein, du armes Ding. ist gebrochen. Oh nein. Oh, du bist ein wenig anders als der Rest. Du bist nicht genau wie ich. Keine Ahnung, ich pflege dich wieder gesund kleiner. Alles wird gut. Alles wird gut. Amelie nahm den verletzten Papagei mit, sich nach Hause und behandierte. Also, bandagierte den Flügel. Sorry. Er ist jetzt in ihrer Zimmer. Als Zeichen ihres Respekts gab sie dem Vogel keinen Namen. Okay. Wow. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt wieder reingehe? Ist der Vogel jetzt wieder da? Oder ist er jetzt da? Jetzt macht er gleich Puff und weg ist er. Aha. Gut. Oh, hi Kleiner. Heute geht es ja überall ab irgendwie, oder? Braucht ihr noch einen Schlagzeiger? Oh, Lukas. Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jams-Session. Wir wollen ein Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Ja. Macht einfach alles, was euch Spaß macht. Hey Lukas, was für Musik gefällt dir so? Ja, was? Fröhliche Popmusik? Fremimentalen Neusorock? Tanzmusik? Tanzmusik? Kankwimusik? Energiegeladene Tanzmusik. Das würde zu mir passen, also wirklich. Ich war ja ein paar Mal auf der Bühne und so. Ja, ich weiß nicht. War peinlich, aber hat Spaß gemacht. Mit Freunden. Hm. Tanzmusik. Kann ich nur empfehlen. Aber Tanzmusik kann so vieles sein. Elektronik. Ja, komm. Hey, weißt du, was das ist? Genau der Stil, über den ich nachgedacht habe für die Bands. Was sagst du, Sebastian? Sollten wir das machen? Okay. Danke für deine Hilfe, Lukas. Jetzt mit meiner Gitarrentalent und Sebastians magischer Synthetikbegabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Ja? Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Okay. Jetzt liegt er wieder im Bett. Was soll das denn? Ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Ach so, ich habe dir schon zwei gegeben diese Woche. Sorry. Gut, raus hier. Dann Diamanten habe ich, ja. Okay. Es ist 10 Uhr. Rauch. Es ist noch keine Zeit vergangen. Ich gehe mal auf den Strand. Und, äh, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Da fehlt auch nicht mehr viel. Bei ihm auch. Leo habe ich schon voll. Ich habe aber nicht mit ihm gesprochen. Okay. Hayley habe ich ja gerade. Stiefvater, ja. Wenn ich das Eis jetzt nicht so einfach nur... Ja, lass mich mal kurz vorbei. Bitte. Danke. Heiß. Ich kaufe diesmal zwei. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Falls ich es wieder essen sollte. Ja, Schleimis. Das sind auch überall Babyschleimis. Hier zum Beispiel zwei sogar. Es werden immer mehr. Oh, da. Ich habe ihn gerade gesehen. Hier. Hier. Ja. Vergiss nicht, deine Pflanzen jeden Tag zu gießen. Wow, danke für den Tipp. Wobei, wenn du Hydrogel benutzt, musst du dir darüber nicht so häufig Gedanken machen. Ja. Und wenn ich Sprinkler habe, überhaupt nicht mehr. Sorry. Tut mir leid. Jetzt habe ich ihn das Eis gegeben. Wo muss ich noch lang? Na, Schleimis? Jetzt habe ich hier. Na? 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 Die sind alle so bläulich. Ich will rote auch hier haben. Es gibt ganz wenig rote. Ja, Ziegen. Hm. Ist er zu Hause? Nein. Ist er nicht. Kann ich glaube ich nicht mal. Habe ich schon. Hm. Aber weißt du was? Ich mache... Äh... Weg bin ich. Kurz nach Hause. Und... Mal die Sternfrüchte abheben. Mal die Sternfrüchte abheben. Das, das, das. Perfekt. Und jetzt... Ich brauche jede Menge Hartholz, oder? Ja. Um die wieder aufzustocken. Hartholz. Ja. Kupfer und Eisen. Kann ich gleich einschmelzen? Vor allem Eisen. Ich habe kaum Eisen. Lol. Okay. Okay. Ach ja. Hm. Okay. das ergibt wieder ein bisschen eisen ich brauche nur normales holz dafür und kiefern saft habe ich genug ist wirklich nur das eisen und kupfer dass ich brauche habe ich ein bisschen da heißen hier wieder auffüllen wird fertig diamanten nehme ich mit ich kann auch jetzt noch replikatoren gold stein ja stein brauche ich habe keinen stein mehr ich habe das jetzt immer wieder verkauft glaube ich war nicht ganz so gut okay dann wird daraus jetzt gerade nichts lege ich auch ab 19 uhr wo ist der wein fertig das geht sich aus bis 19 uhr haben wir den wein fertig und vielen dank fürs zusehen lasst ein like und ein abo da würde mich auf jeden fall freuen tschau tschau habe euch lieb und schreibt was nettes in die kommentare gut voilà ja ja